Hi Freddy! Hey Bonny! Hast du den Nachtwächter gesehen? Er trägt schon wieder kein Kostüm. Haha, pff, du kennst ihn doch. Ja, aber wir werden ihn schon finden. Es ist nur schwierig wegen dem zweiten Freddy-Kopf, den er benutzt. Also, wie du siehst, ist er hier schon mal nicht. Also, warum guckst du nicht woanders nach? Nachtwächter, ich heiße dir nach! Ach, verfickte... Moment, du hast den Nachtwächter gesehen? Hey, das ist der Nachtwächter genau da! Nee, das ist nur Freddy. Nein, er macht wieder die Sache mit dem zweiten Freddy-Kopf. Verstehst du? Er fahr vorstellige Gesichtserkennung. Ja, verdammt! Wenn er Freddy ist, wieso blendet er mich ständig mit dieser Taschenlampe und strahlt mir ins Gesicht? Naja, offensichtlich machst du ihm Angst. Ich mache ihm Angst? Ich hack dir die Augen hier aus! Foxy, komm runter! Nein, ich bin der Einzige in diesem verkackten Lahn, der seine verkleinung geschaut! Balloon Boy, hilf ihn mal hier! Mir ist das egal, ob er Freddy ist. Ich will einfach nur seine süßen, saftigen Doppel-A-Batterien. Mir reicht es jetzt! Zeig ihnen, wer du bist! Ja, die ist nicht echt. Okay, wisst ihr was? Wo ist Freddy? Es kann gar nicht zwei Freddy's geben! Freddy! Yo! Oh schau, jetzt haben wir zwei Freddy's hier! Cool! Bonnie, oh mein Gott, ich klatsche hier einer! Moment, was ist hier los? Wir suchen den Nachtwächter! Er ist der Nachtwächter! Hm, sieht eindeutig nach Freddy aus! Oh Gott, verdammt! Du bist Freddy! Wo gehst du hin? Feindlich schöner Mart! Ich verstehe gerade nicht das Problem! Bonnie, hör zu! Oh Warte, wie spät haben wir's? Hey Leute! Hey Mango, wie spät haben wir's? Es ist jetzt 5.59! 5.59?! Es ist der Nachtwächter! Der Nachtwächter! Der Nachtwächter! Der Nachtwächter! Batterien! Nein, nein, nein! Ich bin Freddy! Komm schon! Oh mein Gott! Der Nachtwächter! Das ist der Nachtwächter! Es ist der Nachtwächter! Es sinkert in einen 탓! Es ist der Nachtwächter! Untertitelung des ZDF, 2020